Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Karten-Challenge-Video. 40 Einsendungen habe ich für diesen Monat von euch bekommen. Das ist großartig. Ich glaube, 40 hatten wir noch nie. Super und farblich erkennt ihr das hier auch schon in der Übersicht. Es wird Frühling. Es wird Frühling. Falls ihr Lust habt und nicht wisst, was das hier zu bedeuten hat, falls ihr Lust habt mitzumachen bei der Karten-Challenge, dann schaut unten in die Infobox. Da findet ihr alle Details. Ich zeige euch in diesem Video die eingesendeten Karten für diesen Monat und am Ende zeige ich euch die beiden Gewinner, die unsere sechs neuen Stempel-Sets gewinnen, die am jetzt kommenden Freitag neu in den Shop kommen. Also ganz viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.